Moin ihr Lieben, wir sind heute, könnt ihr wahrscheinlich unschwer erkennen, bei Leffers in der Damenschuhabteilung. Und heute dreht sich alles um Sneaker, sowie auch den ganzen Frühling. Der Frühling wird echt sportlich, eine Wahnsinnsauswahl. Wir konnten uns kaum entscheiden, welche wir euch heute zeigen. Was ganz klar Trend ist, ist wirklich Glitzer. Wir haben ja auch bei den ganz schlichten Reeboks hinten ein bisschen Glamour dabei. Und auch bei Michael Kors. Michael Kors hat dann gesagt, nicht nur hinten, wir machen ein bisschen mehr Glamour, haben auch die Zunge komplett in Glitzer und hier ein bisschen was Goldenes. Es kann auch sportlich zugehen. Ich habe ja hier auch meine Favorites, die Stan Smiths haben. Die gibt es auch schon komplett in Silber. Dieses Frühjahr. Doch es gibt auch ganz glamouröse Flats, mit denen man auch schon zum Cocktail losziehen könnte. Aber auch wieder Glitzer, wie gesagt. Also um Glitzer kommt so gut wie keiner herum. Ein bisschen verspielt haben wir natürlich auch was rausgesucht. Einmal hier mit, ganz süß mit so einer Stickerei. Ja, wirklich schön. Und der Mädchentraum unter den Sneakers haben wir hier auch gefunden. Mit Perlen, mit Glitzer und mit diesem Schleifenband. Das ist ja wirklich total süß. Also ganz, ganz, ganz schick. Und was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft. Pflege für eure Stenika. Da gibt es hier die große Variante oder auch die kleine. Einfach schütteln, aufsprühen und schon ist der Schuh super geschützt. Mein Handy kann ich ja auch laden, weil ich glaube, hier in der Schuhabteilung kann man wirklich Stunden verbringen. Und da hat man dann auch wieder vollen Akku. Jetzt habt ihr ja gesehen, eine Wahnsinnsauswahl hier bei Leffers. Kommt am besten einfach vorbei. Sucht euch eure perfekten Sneaker. Wie gesagt, von super sportlich bis total elegant oder mit ganz viel Glitzer. Ihr werdet hier auf jeden Fall fündig. Und wir sind auf jeden Fall ganz begeistert und gehen jetzt nochmal ein bisschen Schuhe shoppen.